Produktqualität in der Photovoltaik hat für mich die Bedeutung, dass der Kunde 20 Jahre oder länger die Erträge einfährt, die ich ihm versprochen habe. Produktqualität ist für mich ein zentrales Thema, denn ich habe hier eine größere Summe investiert und da ist es besonders für mich wichtig, dass die Anlage auch lange funktionieren muss. Ich bin bisher mit meiner Photovoltaikanlage und den Erträgen sehr zufrieden. Was Qualität bei IBC bedeutet, bestimmt bei uns letztendlich der Kunde. Also was unsere Installateure, Dachdecker wünschen, was ihnen hilft, die Produkte besser verkaufen zu können. Ich bin Vollerwerbslandwirt und habe ein zweites Standbein gesucht, um mein Auskommen zu sichern. Über das Erneuerbare-Energie-Gesetz wird mir 20 Jahre lang mein Strompreis garantiert. Der Prozess der Herstellerqualifizierung ist ein sehr aufwendiger Prozess. Zunächst schauen wir, passt der Lieferant grob zu uns. Wenn diese Eckpunkte geklärt sind, gehen wir vor Ort für eine Factory Inspection durch. Dann geht es in die Detailfragen, stimmen die Umweltbedingungen, ist Arbeitssicherheit in Ordnung, sind die IT-Standards gewährleistet. Nächster Schritt ist dann, dass wir uns Module nach unserer Spezifikation fertigen lassen und zu Testzwecken hier nach Bad Staffelstein holen. Nur wenn all diese Kriterien in Ordnung sind, können wir eine langjährige Partnerschaft mit diesem Lieferanten eingehen. Wir befinden uns hier auf unserer firmeneigenen Testanlage. Seit 2004 testen wir hier Solarmodule in Echtzeit. Wir haben hier verschiedene Systeme, die wir miteinander vergleichen. Wenn die Module unter Echtbedingungen sich beweisen, dann ist es für uns in Ordnung und wir können die Solarmodule mit in unserem Produktportfolio aufnehmen und verkaufen. Das Fraunhofer Institut für Solarenergiesysteme ist das größte Solarforschungsinstitut Europas. Wir haben mittlerweile 1100 Mitarbeiter im Standort Freiburg und beschäftigen uns mit der Solarenergieforschung in allen Gebieten von der Entwicklung der Solarzelle bis zur thermischen Nutzung der Solarenergie und auch der effizienten Gebäudenutzung. Außer den Langzeittests machen wir auch regelmäßige Stichprobenprüfungen für die Komponenten von IPC. Wir haben IPC Solar auch unterstützt beim Einrichten eines eigenen Messlabors. Für dieses Messlabor haben wir dann die entsprechenden Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Flashtest funktioniert so, man schließt einen Lichtblitz, der das Sonnenlicht simuliert, auf das Solarmodul und misst somit die Leistung des Moduls. Diese kann man direkt am PC-Arbeitsplatz ablesen. Somit wissen wir, ob die Leistung auch wirklich dem entspricht, was der Kunde bezahlt hat für sein Solarmodul. Zeitgleich machen wir mit den beiden Elektrolumineszenzkameras noch eine Aufnahme vom Modul. Diese Aufnahme kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Röntgenbild. Damit schauen wir in das Innenleben des Solarmoduls rein. Wir würden hiermit selbst haarfeinste Risse erkennen. Mit den beiden Tests wissen wir, dass unsere Solarmodule wirklich in Ordnung sind und problemlos an unsere Kunden ausgeliefert werden können. Die Vorteile von einer IPC Solar Photovoltaikanlage sind für Nennkunden und für uns die, dass die Produkte einzeln, bevor sie zum Kunden ausgeliefert werden, nochmal einer Qualitätsprüfung unterliegen. Alles was wir als Installateure nicht machen können, aber das nachhaltige Wirtschaften für uns und für Nennkunden ermöglicht. In unseren beiden Klimakammern prüfen wir hier bei IPC Solar, ob unsere Solarmodule besonderen Umweltbedingungen standhalten. Besondere Umweltbedingungen sind für uns sehr hohe Temperaturen und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. In der einen Klimakammer müssen die Solarmodule über 1000 Stunden in der Temperatur von plus 85 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent standhalten. In der anderen Klimakammer fahren wir eine Temperaturwechselprüfung. Das bedeutet, wir belasten unsere Module abwechselnd von minus 40 Grad bis plus 85 Grad. Sollte mal bei einem Solarmodul was nicht in Ordnung sein, dann wissen wir, jetzt müssen wir dringend Gegenmaßnahmen mit unserem Lieferanten einleiten. Qualitätsstandards sind für mich wichtig, denn es ist eine Sicherheit für meine Investition, die ich getätigt habe. Die Komponenten von IPC werden ständig geprüft. Dadurch ergibt sich eine hohe Lebensdauer und hohe Erträge. Für mich ist auch wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe, denn IPC Solar hat eine eigene Servicemannschaft. Sollte tatsächlich mit meiner Anlage mal irgendetwas sein, mein Installationsbetrieb nicht mehr existieren sollte, weiß ich, wen ich anrufen kann. Auch wenn der Lieferant für uns qualifiziert ist, werden seine Produkte regelmäßig am Wareneingang bei Anlieferung überprüft. Das bedeutet, wir nehmen aus dem Lieferumfang eine bestimmte Stichprobe an Solarmodulen. Wir machen eine optische Kontrolle. Die Module werden angeschaut. Es muss die Cellfarbe regelmäßig sein. Es darf kein Fehler in der Maßhaltigkeit sein. Länge, Breite, Diagonale des Moduls müssen passen. Parallel dazu prüfen wir die Leistung des Moduls. Der gemessene Flashwert muss mit der Angabe auf dem Label übereinstimmen. Nur wenn diese Kriterien alle übereinstimmen, dann können wir diese Charge freigeben und die Module können an unsere Kunden ausgeliefert werden. Es lohnt sich, in Photovoltaik zu investieren. Dadurch werde ich auch unabhängiger gegenüber steigenden Strom kosten. Mehr Infos unter ibc-solar.de Desklarat der